McCann, Interview, Take 1. Okay. Zwei Sekunden. Okay. Bereit. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde gern wissen, was Sie von Seneca halten. Seneca. Seneca. Das ist das blau-weiße Team, oder? Im Rückspiegel sehen Sie alle gleich aus. Gut, wollt ihr wissen, warum Ravenwest immer vorn bleibt, Jahr für Jahr und bei jedem Rennen? Es ist nicht unsere Philosophie oder sowas, sondern etwas, das Teams wie Seneca und den anderen einfach fehlt. Geld. Geld und gutes Aussehen. Schön sein ist ein Fluch. Du kannst dich glücklich schätzen. Danke dir. Der nächste, der mir ein Hand ins Gesicht hält, kann was erleben. Hey, du solltest dankbar sein. Die Fans sind schließlich der Grund, warum wir einen Job haben. Nein, das Geld meines Onkels ist der Grund, warum du einen Job hast. Weißt du was? Scheiß auf die Fans. Die lieben mich, egal was ich tue. Diesmal sprechen wir mit dem leitenden Ingenieur von Seneca. Ajit Singh. Ajit, in seiner jetzigen Form scheint Seneca ein Definitiv zu sein. Wie sind die Aussichten für diese Saison? Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Saison. Die Umwand, unsere 22 harmonieren gut. Wir haben bei den Halbprofis gut mit Wolves mitgehalten und werden bei den Profis so weitermachen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Glück bei mir. Ich hasse diese Interviews. War ich okay? Ajit, wir sind noch auf Sendung. Hatte gerade das Vergnügen, Nate kennenzulernen. Was für eine reizende Persönlichkeit. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sie die Lage wieder beruhigt. Was für eine reizende Persönlichkeit. Was für eine reizende Persönlichkeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Tolles Rennen! Immer weiter so! Trotz der chaotischen Verhältnisse hier bei Gris konnte Seneca sich in der Roll Series behaupten und wir sollten sie im Auge behalten! Sollte Rennen! Sollte Rennen! Sollte Rennen! Sollte Rennen! Sollte Rennen! Sollte Rennen!